Utthita, Parishva, Pada, Upavishasana sind Variationen der aufgerichteten Hockstellung. Beginne im Stehen, dann gib das rechte Bein 90 Grad und gib das linke Bein nach hinten. Jetzt gib die Hände vom Brustkorb zusammen. Das ist natürlich auch eine Variation von Virabhadrasana, aber du kannst eben auch sagen, sie kommt aus dem Hocken. Du kannst hier nämlich auch das Gesäß tiefer setzen, als dass der Oberschenkel 90 Grad ist. Dann ist es klarer, warum es Upavishasana ist, wobei du dich eben über eine Seite gibst. Du kannst jetzt auch eine Hand an die Innenseite des Oberschenkels geben und die andere Hand an den anderen Oberschenkel und dabei sowohl nach außen schauen, als auch in die andere Richtung zum ausgestreckten Bein schauen. Eine andere schöne Variation ist auch, gib eine Hand an das Ohr und den anderen Arm in die Luft. So ist es wie auch wieder eine Form von Virabhadrasana. Du kannst sowohl nach vorne schauen, wie auch in die andere Seite. Auch hier sind Variationen von Utthita Paschva Pada Upavishasana. Und du kannst auch dabei noch die Arme nach oben zum Himmel ausstrecken und dich dabei öffnen für den Segen des Himmlischen. Die Stellungen sind, anders als die Upavisha-Variationen an sich, auch anstrengend und gleichzeitig herausfordernd für die Flexibilität in Hüfte und Knie.